meintzen meine lieben heute möchte ich mit euch einfach wieder mal untersätze machen und mir ist aufgefallen dass das video zu einem aller allerersten video auf youtube passt und zwar ist es genau dieselbe farb kommen wie wir gleich sehen werdet aber sie sind etwas anders geworden wie immer oder meistens benutze ich das ultra cast xt rabattcode findet ihr in der bio wie für alle anderen sachen die ich heute in diesem video zeige ich mische immer nach gefühl ich habe keine ahnung ich kann euch nicht sagen wie viel ein untersetzer wiegt irgendwann werde ich das mal wiegen oder ich bescheid sagen aber ansonsten könnt ihr wasser in eure silikonform gießen und gucken wie viele reinpasst oder es gibt auch kunsttatsrechner im internet oder wenn ihr mal ein untersetzer gemacht habt dann wiegt einfach den und dann wisst ihr auch bescheid wenn der untersetzer auch eine schöne dicke hat hier rühre ich wieder vor mich hin ich beschleunige gleich den prozess also es sind schon einige minuten die ich rühre erst mal seht ihr tausende schlieren dann wird es irgendwie milchig genau und dann wird es endlich klar und falls ihr das noch nicht mitbekommen habt ihr könnt bei diesem kunst hat es etwas stehen lassen und dann steigen die bläschen schon nach oben hier fülle ich in drei becher mein kunsthalter ab denn ich möchte drei farben benutzen einmal koral irgendwas mit koral light koral glaube ich ich verlinke euch das natürlich unten ich würde vielleicht ein bisschen mehr nehmen damit es pigmentierter ist aber eigentlich passt auch das zarte wirklich sehen werdet jetzt kommt unser magic smaok pigment pulver ich benutze gleich noch das titanium white also weiße pigment pasta das ist immer wichtig also für mich denn ich habe gemerkt wenn ich das nicht benutze dann bekomme ich nicht so coole effekte und so weiter hin was ich mich eigentlich frage seid ihr zum allerersten mal auf meinem kanal auf diesem video oder habe ich ganz viele stammkunden die hier zu sehen und denkt ihr euch da schon tausendmal gesagt dass man weiß pigmentpaste braucht oder es ist eher nicht so kommentiert gerne unter meinem video und ja ich wollte meine videos langsam professioneller drehen und habe mir eine spiegelreflexkamera gekauft und man denkt sich so ja mit so einer kamera wird alles perfekt und es wird so toll aussehen ja dann braucht man noch ein laptop der diese gute qualität verarbeiten kann und ein professionelles bild beziehungsweise video bearbeitungsprogramm ich bin einfach wahnsinnig geworden ich weiß nicht ob das jemand gemerkt habe aber in der zeit habe ich viel weniger gepostet ist einfach so anstrengend und nicht einfach wie man denkt also ich hätte niemals gedacht aber respekt an diese ganz großen youtuber allein dieses ganze geschehen im hintergrund die videos zu schneiden und zu drehen und das richtige equipment zu haben es ist so anspruchsvoll unglaublich naja egal diese synchronform sind übrigens vom craftsman store in russland mittlerweile haben die ihre seite auch so semi mäßig auf englisch eingestellt also wenn man den willen hat dann schafft man es sich dadurch zu wuseln aber wenn ihr nicht geduldig seid dann werdet ihr glaub ich ziemlich wahnsinnig aber die haben echt schöne sachen und vor allem silikonform aber die lieferung dauert auch ewig ungefähr ein monat wenn es beim zoll vorbei kommt dann müsst ihr halt auch noch da viel zahlen daher lohnt es sich glaube ich immer mal mit freunden zusammen zu bestellen oder anderen kunstharzgenossen das habe ich auch öfter gemacht also ihr seht hier meine weiße pigmentpaste rührt lang genug wenn noch pigmentpaste übrig ist die nicht perfekt mit dem kunstharz entfüllung getreten ist dann könnte es später passieren dass ihr dann farbige flecken auf der oberfläche habt aber das ist mir bis jetzt auch nur zweimal passiert wobei das zweimal zu viel sind der nächste schritt ist hier durchsichtiges harz in der silikonform zu gießen ähm und ich verabschiede mich an dieser stelle und werde euch irgendein schönes lied raussuchen und hier aufs video spielen ähm falls ihr noch mehr tipps braucht schaut gerne auf meinem kanal vorbei da erkläre ich zum beispiel wie man die hitze beständig macht oder wie man ganz andere sachen macht und ähm ich wünsche euch viel spaß besucht mich auf instagram marmelade science bis dahin ciao ciao musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zitzen Ich habe gestern noch aus den Resten noch einen Untersitzer gemacht und der ist natürlich am schönsten geworden. Wenn ihr sehen wollt, wie der geht, dann schaut auf Instagram vorbei, da lade ich das Video dazu hoch. So, das war es auch schon, viel Spaß beim Nachmachen, tschau.